hallo ihr lieben herzlich willkommen zur folge 52 das kreuz online hier ist der alte sack wir sind also unterwegs zum salveto 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 anwesen um die kultisten zu verfolgen beziehungsweise um die genaueren ziele von von vandazi der hohe priester der kultisten ist heraus zu bekommen um das zu erreichen müssen wir eine eine münze und eine einladung ergattern und das erhoffen wir uns hier hier auf diesem anwesen zu finden und logischerweise einfach so rausrücken tun die das nicht tun das nicht also die dir rücken die ich einfach so raus ja meine meine kleine elfenfreundin ist auch da und gemeinsam schauen wir hier mal nach dem rechten hier ist sogar die käfer in der luft brummen bücher lesen könnte er eventuell mal eins dabei sein für die magiergilde die kette die hält uns auf tatsächlich wenn ich hätte hält uns auf das macht ja der bauch frei oder das wird auch das machen das war erst mal dritte sind aber sonst nix nix brauchbares ne auch nix zum durchstöbern wahrscheinlich hier oben dann ach da ist er doch den müssen wir halte dich auf dich halte ich auf komm her du wo bist du denn hin der hier hat ja die ruhe weg gehabt die triche die triche brauche ich das fenster ist der keine zeit mehr ab die tür aufzumachen das fenster aus dem ersten stock aber wie wichtig und meine gebrochene ach nee muss ja hinterm haus sein dann weil die rückseite weil die andere seite wenn der da oben rumliegen würde hätte die doch rein theoretisch als wachpersonal wenigstens neben ihm stehen müssen also kann der nicht rumliegen schlussfolge ich mal ganz einfach so gut zauber doch mit seinem blitzen rum ist haut auf die kacke zauber doch weiter du spinn weichei ach da ist der ja bleib zurück lasst mich gehen und ich gebe euch was immer ihr wollt ja da ist er was wollt ihr ja alles ja ok er er macht eine stippvisite mit seinem neuen schützling aber er ist lange weg also eigentlich gefangener er machte kurz halt um ihn vorzuführen er gab mir einen kleinen vorgeschmack auf das große ereignis vorzuführen bitte ich sollte euch nichts davon erzählen dass niemand außerhalb des ordens darf ach in ordnung ich merke schon dass man mit euch nicht reden kann ne nehmt meine einladung und meine münze ihr werdet beides brauchen um an bord des schiffes zu kommen ok was mit edelstein und gold und so sie sticht sehr bald vom anleger in leia wien aus in see immerhin bleibst du dann am leben kein gold ne ok hätte ja sein können noch ein paar diamanten raushauen können ach so die will ein schiff am anleger von leia wien lasst mich die mal sehen was für eine seltsame münze das symbol darauf es sieht wie eines der symbole aus dem buch aus das ich bei mir führe siehste hier ihr behaltet die münze besser wenigstens wissen wir jetzt wie man zu vandasias anlass gelangt wo auch immer der stattfindet auf jeden fall einladung treffen wir uns in leia wien laut der einladung braucht man für den anlass förmliche gewandung also werden wir einen schneider besuchen müssen bevor wir zum anleger gehen ich werde euch an dem großen baum gleich hinter dem stadttor treffen sobald ich mich um salveto gekümmert habe solange ich da nicht selber schnell was schneidern muss auf einmal in ordnung salveto überstellen wir euch an gouverneurin keshu gut der ist versorgt dann kann ich also zurück nach geo ach ja platsch ruhig ruhig erstmal schön schön hier gucken aha hast du noch clever gestanden jungen hab ich dich nie gesehen hab ich dich nie gesehen wenn er nichts gesagt hätte da hätte er ja noch mehr chance gehabt was heißt ein stufe 9 bei bogen ist das schon was besonderes auch das werde ich nachher merken wenn ich das nächste mal hochrüste oder oder den nächsten attributspunkt vergebe die haben schönes gold die kann ich immer schön wegblätten wegblätten scheiße kommen oder hast du den nie sehen den spinner ist mir wahrscheinlich in den offenen pfeil gerannt 11 gold übernicht mal pro mannequin pro mannequin das ist doch nicht schlecht wenn ich überlege dass ich sonst immer jeweils 800 gold aufs bankkonto eingezahlt habe aufs bankkonto eingezahlt habe vermute ich jetzt einfach mal dass das auch ein mensch ist also auch schon genauso wie einer wie die beiden wie die zwillinge die wir schon haben schätze ich jetzt mal dann hat er also auch eingefunden und dann ist immer noch einer irgendwo dann machen wir aber erst mal einen break ein